Das war's für heute. Ich weiß nicht, wer den Dorseys die Information gegeben hat, dass wir Ranger in die Stadt kommen, nach Colorado kommen, damit die uns überhaupt den Hinterhalt legen konnten, ne? Hallo, Ranger! Hallo! Das ist Gideon Reyes. Ich spreche dich aus Broadmoor Heights. Der Patriarch hat es gewusst, dass du in need of logistische Unterstützung hast. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin sicher, dass sie meine Hilfe nutzen können. Irgendwo. Irgendwann. Hoffentlich. Vielleicht da lang. Ach so, das ist der Kleiderladen. Okay, dann ist es nicht mehr weit. Das Gesicht des jungen Wachmanns wirkt nervös, aber entschlossen. Er stellt sich euch sicheren Schrittes entgegen und er hebt seine Hand. Ach so, das war jetzt der Kirchenkerl, ne? Zu dem wollen wir eigentlich noch gar nicht. Die Werkstatt. Zur Werkstatt reisen. Perfekt. Los geht's. Die Strafe für Gesetzesbruch in Colorado Springs bedeutet oft, an den Pranger gestellt zu werden. In der eisigen Kälte in Colorado ist die... Keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben wir es schon mitbekommen, ne? Wir wollen eigentlich nur mit McTavish reden, sonst nix. Ja? Well, McTavish doesn't want to talk to you. And you just used up your one warning. Fuck them up, boys! That escalated quickly. Wie so oft in dem Spiel. Ist denn den Leuten ihr Leben überhaupt nix wert? Jetzt muss ich auch noch gegen Hunde kämpfen. Giftige Hunde? Junge, jetzt wird es mir aber schon langsam zu bunt hier. Wann bin ich nicht mal dran? Ah ja, Major Tomcat. Schnapp ihn dir. Okay. 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 Ah, nein, wenigア. Zwei Vienigah Ah, ah, ah. Äh, Wieselwerfer. Oh, ne. Äh, eigentlich voll gut, aber schwer jetzt hier irgendwo hin zu zielen, wo ich nicht... Ich weiß ja gar nicht, der hat einen Sprengradius und alles. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich da nur so gezielt auf einzelne Leute zielen kann, ehrlich gesagt. Oder? Ich treffe doch meine Verbündeten zwangsläufig auch. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich trau mich grad nicht. Das müssen wir mal in einer sichereren Umgebung austesten. Jetzt geh ich erstmal hier ins Eck und flankier mal den anderen da. Hey, können wir eigentlich den Generator da kaputt schießen? Theoretisch glaub ich schon. Weil dann wär die... das automatische Geschütz nicht mehr mit Energie versorgt. Das wär praktisch. 81% auf dem da oben. Ich weiß noch nicht warum. 86%. Ja, von mir aus. Ja, hält aber was aus. Verdammt. So, dann haben wir hier noch unsere Revolverheldin. Geh erstmal in Deckung und dann schauen wir mal. Ja, ich befürchte, wir müssen jetzt den Hund angreifen. Das hilft ja nix. Der giftige, räudige Tötköter. Oh, ne Granate! Ah, nee! Der hat nen Roboter beschworen oder sowas. Aber Major Tomcat kümmert sich schon drum. Ah, Idolem war betäubt. Ich hab mich nämlich schon gewundert. Okay, hauen wir mal den Sägewelpen-Roboter kaputt. Na, immerhin. Wenn's auch nicht ganz gereicht hat. Jetzt muss ich echt mal gucken. Fallen Crusader. Geh doch mal hier in Deckung. Und jetzt schieß doch auf den Generator vielleicht, bitte. Geht irgendwie nicht. Deaktivieren geht aber. Okay, cool. Und somit ist die die Waffe ausgeschaltet. Okay, cool. Na, immerhin. Nicht schlecht aufgeräumt. Würde ich sagen. So, und wir haben ein Level-Up für was die Natürlich gibt's viel mehr Koordination. Und Ich würde fast sagen Arschkriechen. Mehr Dialogoptionen. Ich will mehr Dialogoptionen. Und ein bisschen Rüstungsmods. Bruderla. Okay. Ach so, genau. Plündern wir mal die die gute Truppe hier. Eine Tommy Gun. Haben wir schon. Ist ziemlich gut. Metz-Spritze. Geld, Schrott. Munitionheilung. Schrott, Schrott. Schrott. Hundehaare. Schrott. 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 Munition. Geld. Schrott. 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 Munition. Schrott. Oh, was haben wir denn hier? Eine Werkstattrüstung. Panzerung 4 und keine Anforderung. Gar nicht schlecht. Mechanik plus 1, wenn man das aufsetzt. Uh. Das ist cool. Das ist ein Argument für die Rüstung. Das würde bedeuten, hier. Genau, ne? Genau. Fallen Crusader, unser Mechaniker. Hat ihn auch keine Mütze. Das ist ja perfekt. Kriegt nämlich auf jeden Fall schon mal den Mechanikerhelm. Wir sind zum ersten Mal ihr Gesicht. Ich wollte schon sein sagen. Aber ist ja eine Frau. Wir sind zum ersten Mal ihr Gesicht, glaube ich. Ähm. Und wenn wir schon ihr den Helm geben, wie sieht es denn mit den anderen Sachen aus? So eine Werkstatthose zum Beispiel. Ist genauso gut wie das, was sie jetzt anhat. Na dann machen wir machen wir das Werkstatt-Set vielleicht komplett, oder? Ah. Und sogar noch ein besserer Panzer. Eine bessere Rüstung. Perfekt. Ja. Warum nicht? Perfektes... Na jetzt sieht sie auch aus wie ein Mechaniker. Und eine verrückte Wissenschaftlerin. Tüftlerin. Finde ich gut. Äh. Aber schauen wir mal schnell alle Charaktere durch. Oh. Was haben wir denn hier? Unser Ruhm ist eher... Wir sind eher auf der dunklen Seite der Macht. Warum eigentlich? Je mehr du auf das Leben der Menschen in Colorado einwirkst, desto mehr Einheimische werden dich erkennen. Während dein Ruhm sich erhöht... Ach so. Das erhöht sich quasi nur unser Ruhm. Das ist kein... Keine Karma. Kein Karma-Balken, der von gut bis böse reicht. Sondern von kein Ruhm bis viel Ruhm anscheinend. Die 100 Familien. Die Herrscher von Colorado Springs. Mögen uns ein bisschen. Am meisten mögen uns die Wasteland-Flüchtlinge. Ja. Warum auch nicht? Aber eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Ich wollte eigentlich hier mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas Sinnvolles ausrüsten können. Ich glaube ja hier... Bei... Warte mal. What? Der hat voll die schlechten Hosen. Die Stärke 3 benötigen. Warum eigentlich? Neue Hosen. So. Ah, der Helm macht sogar was. Panzerungsdurchschlag plus 2. Der Dildo-Helm hat sogar einen Wert. Also theoretisch doch. aus, was das mal ausrüsten könnte. Idole. Braucht davon... Nix. Ah ja. Basti hat's erwischt. Der hat nämlich noch gar keinen Helm. Und wenn wir da plus 2 Panzer-Durchdringung bekommen, dann gibt's den lustigen Dildo-Fetisch-Hut. Natürlich. Was hat eigentlich hier Fallen Crusader für eine Standardwaffe? Das ist einfach irgend so ein Gewehr, oder? Das ist nicht mal besonders gut. Da könnte man nämlich schon die Tommy Gun... Irgendwie ist ja nicht mal... Irgendwie ist der Charakter nicht mal eigentlich ausgelegt auf diese Waffe. Für welche Waffe ist er denn ausgelegt? Haben wir irgendeine Waffe außer Raketenwerfer und so? Irgendwie nicht, ne? Mechanik 4. Ich nehm ihm jetzt die Waffe weg. Und er kriegt jetzt die... Oder sie... Ist ja egal. Ähm... Die... Die... Den Verschweißer. Auch wenn das eigentlich ne Heilwaffe ist. Aber kann durchaus auch für nen Kampf benutzt werden. Und... Ja. Ist wenigstens ne Waffe, auf die sie wirklich eingestellt ist. Hey, wenn man wirklich Charaktere zu Cyborgs machen kann, das ist ne Mechanik, die kenn ich wirklich gar nicht, dann wird auf jeden Fall Fallen Crusader zum Cyborg. Aber vielleicht trifft man auch nur Cyborgs. Ich weiß es nicht. Na gut, du bist mit deiner Tommy Gun glaube ich ganz gut bedient, oder? Genau. Und auch rüstungstechnisch glaube ich ganz gut aufgestellt. Aha! Ne, warte mal. Das kann nicht stimmen, oder? Ah doch! Der hat gar keine Hose. Na dann kriegt der die schlechte Hose. Eine Schrotthose ist besser als keine Hose. Und passt auch noch besser zum Gesamtautfit. Okay. Hier wird sich nicht viel verändern. Na dann. Halt! Stopp! Waffenmods. Ich fange jetzt einfach vorne an und gehe durch. Für Helme, für Waffen und so weiter. Es wäre schön, wenn man irgendwie eine schönere Mod-Übersicht hätte. Dass man gleich sieht, was hat man, wo passt es rein, wo könnte man was machen. Gut, der hat schon eine Waffenmodifikation drin. Aber merke ich mir, einen Brust-Mod haben wir. Ah ja, hier! Kampfgeschwindigkeit und Panzerung. Das braucht aber, finde ich, gerade Panzerung Idolem. Viel dringender alles. Mehr Panzerung und mehr Kampfgeschwindigkeit. Ah, stopp! Da ist schon eine Modifikation drin. Okay. Gut. Dann kriegt es doch Abraxe. So. Dalla. Dann schaue ich mal noch wegen Waffenmods. Da haben wir doch nämlich was. Plus 5% Trefferchance eingebaut. Passt schon. Und Nahkampfwaffenmods? Fragezeichen. Ja, aber dafür brauchen wir einen noch besseren Waffenmodifizierer. Na, dann schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Ob es hier noch was gibt. Munition, 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 Geld und ein altes Taschentuch. Munition, Munition, Munition. und noch mehr Munition und Geld und einen Nasenring. Warte mal, war der Nasenring gerade Müll oder war das vielleicht sogar ein Ausrüstungsgegenstand? Nein, war nur Müll. Ich muss mal kurz zu meinem Müll schauen. Den sollte ich echt mal irgendwo verkaufen oder verwerten vielleicht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Preis 10 Dollar. Ja, könnte man schon verkaufen. Aber Vielen Dank.